Setz da hin und sei ruhig. Herr Wamba und Pen Utz mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spilogen. So, du hör auf zu quatschen, mach an hier und siebst ne Schelle. So, klickst daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sagt ihr, sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. So. Oh, Freunde. Alles klar, haude. Dann stell dir mal raus, sie prügelt. Haude, haude, haude. Ach, ihr Boot hier schon wieder fleißig. Kahnborn. Ja. Da landen sie alle. Oh, guck dir das an, ey, da hinten. Oh, da sind sie. Doch, der Bombenträger wird mir aber angezeigt, rot da hinten. Na ja, den kannst du auch vom Himmel holen, theoretisch. So, jetzt müssen wir mal verteidigen, wa? Mhm. Okay. Und weggesnipert, hab ich gewusst. War mir klar, dass ich hier weggesnipe. Krass, ja. Ach, deswegen stehe ich hier ein bisschen weiter hinten. Mhm. Ist gerade wiederbelebt. Oh, auf jeden Fall weg hier erstmal wieder. Erstmal ein bisschen nach hinten wieder. Da sind sie denn die Schwachköpfe. Dann landet einer. Ich geh mal vor und stehe. Ich komm da hinten von der A. Geh auch vor. Oh, ja, da sind sie auf jeden Fall schon. Oh, da sind so viele Scharfschützen da hinten. Krankes Scheißdinger. Ja, 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 absolute Scheiß, ey. Ich komm mal hinter dir hinterher. Hier, du bist hoher durch. Äh, Moni ist gut auf jeden Fall. Wer damit? Boah, was? Direkt weggesnommen. Ja, ich hab's gesehen. Stand's genau vor mir. Oh, kann ich dich? Warte mal. Da kommt er? Da kommt Ena. Oh, wie gut. Da kommt noch Ena. Ja, na klar. Der hat mich angeblich mit der Pistole. Naja, nie im Leben. Ich glaube ich nicht. Oh, da kommt ein Sunny. Oh, warte ich. Sunny mich noch, komm. Ich mach das. Nein, das bist du weg in dem Moment. Scheiße. Ah, kann nicht bei dir spawnen. Kannst du mal kurz aus dem Rohr raus? Ja. Klar. Alles klar. Und kannst wieder rin. Okay, das A ist zerstört, egal. A ist jetzt hier. Hier sind die... Aber die roten Dinger sind nur... Das heißt nur, dass Dynamit da liegt, oder? Ja. Also, und explodiert das dann? Oder muss ich da aufpassen, dass ich dann nicht in der Nähe stehe? Boah, guck dir das mal an. Wie viele Leute hier sind. Ah. Da nachher ist in der Luft. Ja, ich hab nur einen gesehen. Wo bist du? Die sind alle vor uns. Direkt vor uns. Sie landen. Hast du? Da lag doch einer. Oh, ich will hier zu meinen Freunden einfach nur. Boah. Ah, scheiße. Wo kommt er denn hier? Also, ich hock mich, glaube ich, bei B hin. Ich bin auf der Drücke. Ich bin auf der Drücke und ich bin hier vor. Ich bin auf der Drücke, ich bin auf der Drücke. 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 Da ist B. Okay, alles klar. Da ist ein Sprengstoffträger zu B. Ja, warte mal. Oh ey, ich kann die nicht mal zurücksetzen. Das ist für eine Scheiße. Spezialisierung kannst du erst mit Rangio 4 zurücksetzen, ey. Ich bin hinter dir. Boah, du weißt doch, wer hat denn hier so eine AP-Mine hingelegt? Alter, seid ihr behindert. Oh, über uns. Robert, kick dir das an. Ich seh überhaupt nicht. Die Flugzeuge über uns, die siehst du doch. Ne. Ach da, jetzt. Da kommen sie runter. Da kotzt der hoch, wenn du schon getroffen wirst. Na ja, ist halt egal. Ja, also du Arschloch. Hilfe zählt als Kill. Jetzt hat ihn nur noch jemand anders getötet. Also unglaublich. Wenn er nicht hier rüber gekommen ist, das glaubst du nicht, ey. Euer Befehl lautet, das letzte Ziel zu verteidigen. Ja, ja, ist doch gut. Naja, weil er sich da in dem Moment wieder hinhocken muss, ey. Was ist denn das für ein Wichser? Ich sterbe. Helm mir. Oh, und die sind hier überall. Das scheiß Auto ist hier im Weg. Ich seh nischt. Was? Da hat er Glück gehabt. Und dann hat er die Waffe ohne, wenn du sie spezialisiert, später ein Zweibein auf dem linken Weg. Damit wird die natürlich noch präziser, ne? Genau, wenn du dich hinlegst dann oder hinhockst dann. Ja. Dann landen sie wieder da vorne. Schön gelandet, direkt abgeknallt. Ja, aber auch. Also der bei mir. Ja. Du hast die bestimmt abgeknallt dann da. Ja. In der Netz. Lanni, neun Meter, mach mal mal Meter hier, komm mal her. Halt durch hier. Wo liegt denn der? Hier, für dich. Wow, Robert, Alter. Hier bist du ja voll in der Hölle, Alter. Geht eigentlich noch. Muss ich sagen. Bastard, Arschloch, Alter. Ein, ein, einmal hätte ich noch abdrücken müssen, glaube ich. Hätte ich den auch noch gehabt. Hinten sind sie auf jeden Fall alle an diesen Rohren da. Oh Gott. Ich würde gerne bei dir spawnen bei dir. Ja, da hinten sind sie alle, genau. Und da landen sie auch schon wieder, da landen schon die Nächsten. Jawohl, einen mit der Granate erwischt. Ah, Mann. Bah. Ne, ey. Scheiße. Ich weiß nicht, ich hab probiert. Oh, das ist ja eine reine Selbstmord hier, glaube ich. Das ist ja eine reine Selbstmord. Kann sein. Das ist eine scheiß Blume, Alter, die da ist. Obwohl, ja, ich sehe zumindest keinen. Also sieht eigentlich ganz gut aus, theoretisch. Das geht jetzt einfach. Ja. No, is no fun. Sehr gut, danke. Ja, genau. Ich hab keine Muni mehr, Alter. Hab ammo bekommen. Sehr gut, danke, Leute. Da landen sie wieder da hinten. Aber wir halten die gut auf Distanz auf jeden Fall, oder? Die kommen gar nicht erst hierhin. Bis jetzt noch, ja, auf jeden Fall. Hier oben ist die scheiß Bombe. Was probiert er da eigentlich, wenn er die Bombe nicht hat, kann er das Ziel und nicht kaputt machen. Das ist ihm nicht bewusst. Wahrscheinlich nicht. Scheiße. Ziel Bärter. Hamlack. Tot. OB haben sie jetzt. Ja. Was sind die denn auf einmal alle hier bei B? Boah, Gott. Oh, mir wurde ein Rücken geschossen. Nicht gut. Leute, kommt schon. Deaktiviert die scheiß Bombe. Ja. Oh, komm. Ja, das ist gefährlich. Komm, helf euch. Alles klar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tut mir leid, ich kann ich nicht wiederbeleiden. Bin ich blind? Oh, hier wird alles weggezorgelt. Alter, Schwede. Weckgezorgelt, ja. Weckgezorgelt. Weckgezorgelt. Oh yes. Haben wir verloren? Ne, sehr gut. Drei von vier nur haben keinen Bonus für den nächsten. Oh, ist doch gut. Oder ist das gut? Ne, eigentlich nicht. Nicht so richtig. Doch, die haben keinen Bonus für den nächsten Tag. Ist doch super. Ach, die haben keinen Bonus. Ja. Ach, da, andere haben wir einen Bonus. Wir sind ja jetzt die Verteil der Rolle. Ah, herzellend. Oh, man läuft gut. Komm, was ich mit kann. Klopp. Dann ziehen wir die Aufnahme gleich durch hier, oder? Die Operation. Ja, klar, mach, Mike. Hat der jetzt sowieso nicht nochmal. Oder? Klar, wir haben da runtergezählt vorhin. Deine Aufnahme läuft gut mit. Ach ja, stimmt. Der Idiot. Alzheimer-Kranke. Nein, kein Alzheimer. Demenz. Ja, dann halt Demenz. Demenz. Find halt auch die Karte für ein Geier hier. Das ist eh nach meiner Lieblingskarten. Welche ist denn nochmal? Verbogener Stahl. Ach so. Ja, stimmt. Wie sieht es bei dir aus? 13,4? Ah, ich habe auch 13,4. Alles klar. Ja, ich habe gerade gesehen. Okay, alles gut. Schön. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. Da ist er. Hier vorne ist gleich eine Munitionskiste. Können wir gleich jetzt mal ran. Man kann sich gar nicht ducken hier am Anfang, ne? Nee, man kann ja alles schwachen. Nein. Ist immer schön, nicht zu sehen. Hm. Meine Waffe sieht viel schöner aus als deine. Uh. Na ja, du hast die halt schon da ein bisschen erweitert da. Ja. Hier ist er. Muss ich hier wieder verteidigen. Boah, jetzt sind sie diesmal Flanken. Flanken, ne? Verteidige die Ziele in dem Sektor. Müssen wir Flanken verteidigen. Oh, da kommt. Was ist denn mit dem Jeep los hier? Mit dem Idioten. Voll der Kamikaze fahrt. Direkt in den Tod reingerast, ey. Boah, hier kommen sie alle. Ja, die kommen hier schon alle, oder? Die sind doch schon bei A. Auch da. Geil, da oben. Scheiße. Wiederbelebung in dem Graben hier. Wait. Fulgurius. Ich weiß nicht, ob du zu mir kommen solltest. Bin jetzt schon da. Jetzt ist es zu spät. Boah, meine Leiche steht in der. Okay, er ist tot. War noch einer. Warum lädst du denn jetzt nach? Mach. Wiederbelebung. Ja. Ja, ich höre Schritte. Ja, nein, ich wusste es. Nein, das war ein Gegner. Scheiße, in dem Moment kommt der an. Shit. Aber U2 habe ich noch mitgenommen, wenigstens. Ich habe ein Flugzeug. Probier mal ein Flugzeug. Ist da noch Platz? Nee. Nee, ist nur einer. Schade. Bei B sind sie auch schon irgendwo. Bei B sind sie auch schon irgendwo. Boah, du wirst verfolgt, glaube ich, von einem anderen Flugzeug. Geht gerade richtig. Hey, jo. Ja. Gut. Geht richtig beobachtet. Ach du Scheiße. Noob gegen Noob. Ey, das hättest du dir mal angucken müssen, ey. Da siehst du ja dann in der Aufnahme. Steige aus dem Flugzeug aus, du Hure. Ich vergesse immer, dass es so lange dauert. Jetzt hat der mich in der Luft geroadkillt. Geil. Nee, hat er doch nicht. Hä? Ja. In der Luft geroadkillt? Nee, hat er doch nicht. Ich dachte aber. Zeig den doch mal wieder ehn schön. Ich spawne jetzt bei dir. Gut. Vorhin sind sie auf jeden Fall alle Richtung B gerannt hier. Den Hügel runter. Mal gucken, ob man die noch sieht von hier. Aber bei B sieht eigentlich gut aus erstmal. Hoch mit dir. Nuttenbär. Cool, danke. Munition. Ich würde jetzt mal 2A wieder gehen. Ach du Scheiße, das sind ja alle auf einmal. Oh, wer gesnipert, Alter. Ja, der wartet offensichtlich dann nur, bis er mich da... Er belebt mich wieder. No. Ich bin einfach so weit von weg hier. Boah, was ist denn das? Man spawne ich gar nicht erst bei dir. Wenn ich das schon höre wieder... Und da ist der hinter dir schon tot. Hinter dir. Scheiße. Nicht wahr, Ecke. Bei B sind sie auch schon. Wir sind... Nicht wenig. Boah. Boah, du warst es, oder? Voll der Idiot, ey. Ja, jetzt siehst du mal, wie wir... Warum ich das bei... Du denkst... Ja, natürlich. Der stirbt wieder nicht da. Warum ich bei Battlefield 1... Wer hat dich denn getötet, Alter? Niemand. Weil ich noch überlebt habe. Wie, niemand? Du bist... Ich lebe. Ach so. Ihn hat hier jemand getötet. Wer auch immer das war. Ihmchen hier. Ihmcheck. Hinter mir. Tot. Im Haus drinne. Weiberolle. Ist ja nicht so einfach, das zu verteidigen, Alter. Wenn die da alle ankommen, wisst ihr an, wo dich hin gucken sollt? Ja, auf jeden Fall. Panzer gibt's hier ja nicht wahr? Das ist natürlich geil. Nämlich mal eine Splittergranate, die wäre lieber drin. Anstatt die Minen. Dann kann ich auch nicht so viel Unruhe stiften. Nehmt mir die Muni. Naja. Geiler Spawn hier bei euch. Toller Spawn. Ja, den habe ich angeblich gar nicht getroffen. Was ist denn mit ihm? Der fliegt durch die Luft wie ein Hampelmann da, aber interessiert ihn doch nicht. Ja, und da war aber ein Treffer, Minimum einer dabei. Kann mir nicht erzählen, dass ich den ja nicht getroffen habe. Das ist da ja Unsinn. Drei Kills, einer zwar zählt nur als Hilfe, aber Hilfe zählt als Kill, aber ist egal. Sehr gut. Der hätte ich mit einem normalen Aufsatz nie erwischt. Das sage ich dir ganz ehrlich. Das ist ein Flugzeug von uns, wunderbar. Okay, der steht ja noch neben uns. Meine Güte, ich bin aber hier oben. Kannst du mich wiederbeleben? Ich bin hier nicht ganz so weit weg. Am Rand von der Karte. Sieht auch gut. Also, das sehe ich ihn zumindest. Ach, das warst du. Ich war da neben dir, alle klar. Gut, dass ich nicht gesagt habe, Gott, war der blind jetzt hier. Oh, Panzer da hinten. Von wegen, hier gibt es keine Panzer. Für uns nicht, ja. Achso, den habe ich angeblich gar nicht getroffen. Mann, jetzt sind sie alle beim Panzer. Scheiße. Nicht doch, ey. Ach, schön, ey. Oh, ey. Verteidigen ist gar nicht so einfach. Nee. Wir haben offensichtlich keine Panzer. Die haben wahrscheinlich Panzer. Mhm. Wir haben vielleicht. Na gut, ist ja auch okay. So, dann kann ich auch trotzdem Hafenminen mitnehmen eigentlich. Ja. Ähm. Dingenskirchenminen. Na, du gehst schon. Panzerabwehrgranatenminen. Granatenmine. Panzerabwehrgranaten. Meinst du, oder? Nee, nee. Die Minen halt. Die Panzerminen. Panzerabwehrmine. Die man auf die Straße legt, ja. Ja. Die auf die Straße legt. Mine. Wo kommen die jetzt hier? Da, wo die Karte zu ist, oder? Die weg hier, du Hirschbesener. Ich denke mal, die kommen von hier. Ja, da war doch schon einer. Ich versuch's mit einer Granate. Boah, ich hab mal hochgetroffen. Jetzt haben wir einen Drawkill. Wiederbelebung auf der Brücke. 17 Meter, 16. Sehr gut. Das hast du schon gesehen. Alles klar. Aufpassen, Soldaten! Seht ihr? Ganz ruhig, das wird schon wieder. Geiler Typ, oder geiler Type. Jo, geiler Olle. Geiler Olle. Okay, hier an der Seite war immer sehr gut. Gesehen, wo ist denn A eigentlich? A ist auf der Brücke. Auf der Brücke wird er richtig spaßig. Jo. Wurde schon beschossen. Hm, geruch. Ist ja gleich vorbei, hier die Runde, oder was? Warum kommt diese dramatische Musik? Ach so, ich bin außerhalb vom Kampfgebieter. Das ist natürlich nicht so cool. Ich glaube, wir haben hier auch gar nicht viel mehr als nur die Brücke, ne? Kann das sein? Genau. Ein Stück noch nach vorne. Schon wieder der Bastard hier. Ach, die kommen durch die Luke, wa? Hä? Was macht er denn jetzt hier? Die Luke hier zu. Ach du Scheiße. Was mache ich denn? Ich durf hier oben lang. Meine Güte. Ja, ich auch gerade den Stahlträger da hoch, ne? Ja, da bin ich auch gerade hochgelatscht. Schön unauffällig. Naja gut, ich gehe mal Richtung. Ich weiß nicht. Die kommen hier andauernd durch die Luke. Was ist denn mit B eigentlich? Wo ist denn B? Da hinten. Aber die kommen doch nicht nur durch die Luke, oder? Die müssen auch noch von woanders. Nee, aber eben kamen eh nach durch die Luke. Die kommen auch noch von woanders. Wenn sie schlau sind, kommen sie natürlich nicht. Oh, hier kommst du ja nicht mehr zurück, oder was? Wenn die hier einmal doch hier... Wow, fickt eben. Also manchmal bin ich aber auch ein dummer Hirsch, da. Nee, hier kommst du gar nicht. Du kommst nicht an den Seiten, ne? Also ich würde es nicht wundern, wenn das hier... Naja, da ist B. Keine Ahnung. Alter, wo ist denn B? Ach, da hinten ist B. Wie ist da hinten, ne? Im Lake erstmal bei A. Vor oder später müssen sie ja auf die Brücke kommen. Mann, wer ist denn das Idiotenkind hier? Schlägt die denn ungefähr ein? Ah, ein bisschen zu weit. Wer ist da tot? Weg gesnipert. Nee, jetzt bin ich tot. Auf der Brücke immer noch? Naja, aber ganz hinten. Bin zurückgerannt mal ein bisschen. Schaffst du auch nicht mehr, das ist so weit weg. Nö, dann. Ah, ich spawn einfach bei dir hier. So. Ja, mach mal. Kommen die denn jetzt hier endlich mal? Ich glaube, da ist ein Panzer tatsächlich. Ja, ich glaube auch, ja. Getroffen. Mann, da kommen sie wie die Lemminge durch die Luke da. Nein, nicht jetzt durch die Luke, wenn ich den wiederbelebe. Oh Mann. Da sind sie auf einmal alle. Die ganze Zeit ist es so ruhig auf der Brücke gewesen. So krass. Wie viel sind denn da? Wiederbelebung. Irgendjemand. Oh nee, das schafft ja keiner hier. Nee. Boah, schön. Wir nehmen hier Krebel doch. Wir spawnen jetzt bei A und dann... Krebelette. Was geht's los hier? Ja, stell dich da oben hin. Oh. Wenn du das klemmertest, was du machen kannst. Mann, geh doch mal runter. Er geht aber auch nicht nach unten, der Assi, ey. Was für ein Wichser. Der war so da. Oh Mann, ey. Krass. Das war richtig unklug. Nee, ich wollte nur mal kurz oben rüber luken. Oh Mann, guck mal da los. Oh, tot schon wieder, Mann. Jetzt nehmen sie A ein. Ja, das war mit A. Ich denke auch. Du Scheiße, du Scheiße. Du musst du laut sagen. Ich bin weg. Ich zieh mich zurück. Ja. Ich hab mal rücken geschossen. Das machst du wirklich, ja. Ich würd noch mal in der Basis spawnen und mal helfen. Versuch noch mal zur A zu kommen. Geht dir das an, die, die. David, wir müssen den Panzer. Scheiße, der ist so weit weg. Der ist so schwer zu zielen mit dem. Oh Mann, Mann. Ich hab einmal getroffen, aber den zweiten Aktuell ersetzt. Ja, nee, nee. Und das ist totaler Schwachsinn wie gewesen schon wieder. Das waren zwei Kopfschüsse von mir. Da kann ich dich nicht wieder belegen. Das war auch wirklich, das stimmt auch nicht schon wieder. Der Scharfschüsse hat für mich zwei saubere Kopfschüsse bekommen. Das ist Schwachsinn gewesen. Das muss ich sagen, das war wirklich nicht. Das ist das. Und jetzt suchen wir uns A wieder. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Lade nach, Mann. Oh, cool. Kurz bevor er die Santa errichtet hat. Mann, du lass mich doch mal durch hier. Ach, Gott. Alles klar. Ich kriegst du auch ordentlich Punkte beim Oman jetzt wieder. Warte mal, ich lass eine Granate. Sprengladung bereit. Aufwarten. Scheiße, greifen wir schnell. A haben wir, oder? Haben wir A zurückgeholt? Und wie ist es mit B? B haben wir auch noch. Was ist das eigentlich? Oh, Bau diese scheiß Befestigung. Okay, Habeck. Sehr gut. Mach mal halt da durch, Soldat. Steh hier auf. Ich baue hier Dinger. Ja, warum mal. Falls du hinterkommen willst. Ich baue hier auch Dinger, wenn er mal irgendwann anfangen würde. Oh, wer hat ihn dann weggesnipert? Scheiße. Auf der Brücke hier? Oh, yes, den habe ich, Robert. Genial. Sehr gut. Ich habe keine Muni mehr, Alter. Scheiße. Irgendwo Muni. Hat der Glück, hat der Glück, ey. Drei, einmal Kopfschuss, dann war er weg. Boah, was war denn das? Ja, jetzt habe ich dich, du Sau. Dürr. 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 So, vorbei, Operation, haben wir gewonnen? Ne. Ne, das war der zweite Tag, Robert, immer noch. Schön. Voll der Nullchecker. Na, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es macht Spaß. Na, drei Tage. Du hast eigentlich, wenn du... Ja, ich weiß. Naja, so schwer ist es nicht, so langsam verstehe ich es. Man muss halt erstmal nur gucken, was man machen soll. Aber hier die Karte, finde ich, gerade auf der Karte ist natürlich... Aber es ist natürlich auch schwer für die Angreifer, finde ich. Muss man ja denn sagen. Oder A hatten sie eigentlich gut im Griff, bis wir sie dann wieder zurück haben. Genau. Na, ich finde Operationen echt cool. Es ist halt viel Dynamik drin, viel Geschwindigkeit, immer Action. Ja, das stimmt. Finde ich nicht schlecht. Aber halt nicht alle Karten, ne? Also ein paar vielen, glaube ich, paar, werden ja nicht bedient. Okay. Und hier kommt Arras. Ah, Arras, ne, Arras ist doch auch cool. Zumindest bei Oberum. Dann nehme ich hier auch wieder Minen mit. Boah, ich habe letztens mal diese... Ne, bleib so. War ganz gut. Warte mal, wollen wir mal Trupp wechseln, Rubi? Gleich, warte mal. Ich gehe mal zu Heinz. Heinz, was ist denn das jetzt? So, jetzt habe ich auf jeden Fall Selbstlader voll aufgerüstet. Hast du den linken Weg auch mal genommen? Joa, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Also wie gesagt, wenn nicht, kannst du das ja wieder zurückstellen, aber schlechter wirst du dadurch nicht. Ne. Ich meine, das sieht doch gut aus. Was habe ich? Du hast 24, 13, 29, 11. Aber Punkte könnten ein bisschen mehr sein. Hm. Das stimmt. Wollte ich gar nicht wissen, warum, weil ich war eigentlich immer an den Einsatzpunkten viel. Kann man hier eigentlich diese Tide zuvor machen. Mach als Drop eine Bombe, schau. Okay, los geht's. Erobere das Ziel. Wo ist denn das Ziel? Da hast du das Ziel. Erstmal in die falsche Richtung, wenn ich sprintet. Okay, bei A sind sie schon. Oh, weia. Shit. Das hätte ich jetzt hier nicht machen sollen. Dach kannst du gar nicht zerstören, oder was? Hä? Wer hat mich denn jetzt getroffen hier? Da oben. Zeig genau durch die. Kannst du das Dach gar nicht kaputt machen, oder was? Ach doch, jetzt Feind getroffen. Jetzt langsam kommen die Trümmer runter. Alter, ich kau dir das Haus kaputt, damit du da mietest. Spreng nicht in der Luft alles. Mach das mal. Spreng euch das um die Ohren hier. Ich sag euch das. Oh, jetzt bist du gerade in dem Haus natürlich drin. Ja, das macht nix. Geil. Mann, weg. Na, 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 komm. Kopfschuss war das aber gewesen. Wenn ich mal bitten darf. Okay, den hab ich. Geil, wer springt denn jetzt hier draußen in der Luft? Oh, scheiße. War das denn die Gegner? Nun ist dann langsam mal gut, ne? Also, drei Körpertreffer haben vorhin noch gereicht mit der Dings-Selbstlader. Was ist denn los jetzt hier bei A? Ach, scheiße. Na, wo bist du? Du bist hier oben. Ich bin hier oben. Ich brauch Muni. Hab ich nicht. Ich glaub ja, nischt. Da war schon wieder ein Kopftreffer dabei. Also, langsam reicht es mir das hier mit dem Verarschen. Wiederbelebung, Edna. Edna 88. Kannst du mich wiederbeleben? Der Typ rennt einfach über mich drüber, ey. Den Wichser da. Ja, belebe ihn so wieder, anstatt er von der Treppe aus wiederbelebt. Steh auf. Danke. Warum bin ich denn hier gleich tot? Die sind doch hier in der... Nein, die Güte dauert das lange, in diesem Punkt hier einzunehmen. Sind die wieder in der Kirche hier drinne, oder was? Weiß ich nicht, wo der herkommt. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aufmunitioniert von P-Bag-Boy? Wie kann denn das funktionieren? Eigentlich ja nicht. Eigentlich überhaupt nicht, weil ich noch nicht immer den Versorger gespielt hab. In der Runde hier. Oh, der ist von uns. Oh, hier ist er... Mann, hier weg, wer ist denn das hier? Ja, nee, 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 nee. Also, jetzt fühle ich mich langsam wieder richtig verarscht. Den habe ich angeblich gar nicht getroffen. Also, das hat man ja wohl eindeutig gesehen. Tch, unglaublich, ey. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ich brauche erstmal Heilung und Muni, Alter. Komm, ich baue jetzt hier erstmal was. Einer hat sich natürlich wieder in der Kirche verschanzt hier. Okay. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir die kaputt machen, ne? Mit der Pistole. Ja, genau. Hier ist ja kein Medic. Geil. Mann, ey, er kommt genau hier lang gerannt jetzt. Ja, genau. Kletter auf die Mauer rauf. Wunderbar. Den outet Heike wollt. Gibt doch mal ein Befehl, du Spast. Mann. Oh, schön, das Haus verfehlt. Kletter, denke ich, nicht verfehlt. Wunder mich, warum das ja nicht mit dem Raketenwerfer hat gar keinen Schaden gemacht irgendwie, komischerweise. Das ist ja mit dem Raketenwerfer, haben sie den irgendwie... Ja, achso, die Kisten explodieren auch einfach nicht. Jetzt explodieren sie. Zehn Sekunden später. Na toll. Nee. Komm schon. Sehr gut, danke. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Sag mal. Alter, die ganze Haus ist weg. Oh, Mann, ey. Scheiße. Achso, die Stuka. Die Stuka. Geil. Komm, komm, Sunny ist jetzt ja... Macht mal hier ein bisschen... ein bisschen Meter und zeigt mal, was ihr könnt. Genau. Wunderbar. Gott, deswegen... Ihr bist ja auf einem komplett offenen Feld. Ihr bist ja den Sunny... Äh, den... Den Snipern. Kannst du nur doof warten auf den... Auf den Snipern. Ah, den hab ich so eher erwischt. Inhalts war ja erwischt. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Irgendwann durchs Feld geschossen. Jetzt erhebt er... Jetzt gibt er mal ein Befehl. Nein, da muss ich erst... Kopfschussball ist schon wieder. Da muss ich erst richtig neu eröffnen. B ist drinne. Sehr gut. Ich glaube, ich bin so ein dummer Spast. Nein, bleibt doch nicht alle am... Das explodiert da. Oh Mann! Die geht weg da. Oh Gott, das wäre ein wenig dumm. Wie hab ich den denn gar nicht gesehen? Ach, der andere, der... Wer ist denn Madde? Ey, der Madde kann gar nichts. Ich glaube, ich Madde ist nur nicht der Vogel. Einmal hat er mich schon mal wieder verliebt, sogar. Mach mal hin, dann hat er immer noch untergetan. Jetzt in den ganzen Runden. Einmal kurz. Sonst, wir seht nicht, wie ist denn der? Wo ist so zerstört? So, ich spawn einfach bei dir. Heißt aber nicht, dass du dir sicher bist. Nein, nein, da hab ich mich schon gedacht. Ich hab vorher besser gezielt vor den Spezialisierungen. Ich glaube, ich nehm die wieder alle raus, ey. Ach, das ist ne Kopfsache. Die Waffe kann dadurch ja nicht schlechter werden. Nee, weiß ich, aber vielleicht brauch ich, dass die so ein bisschen verzieht erst mal. Mann, Alter, unsere Leute laufen alle an denen vorbei. Ja, sehr gut. Aber der Assassintyp hier, der scheint gut zu sein. Ja, nur ist er, aber gut. Hallo? Also manchmal muss ich mir echt an den Kopf fassen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob das Spiel einfach scheiße ist manchmal. Raus aus den Dings wieder. Mann, Alter, ey. Wunderbar. Puh, sehr gut. Schön. Du bist das Unmögliche vollbracht. Mit unserer Truppenstärke können wir Frankreich nicht retten. Aber was ihr heute vollbracht habt, hat euren Kameraden die Zeit für die Evakuierung verschafft. Angesichts des Gegners strahlt eure Tapferkeit wie ein Licht der Hoffnung für alle, die in Europa kämpfen müssen. Abbrechen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Okay, jetzt steht bei mir zurück zum Hauptmenü. Und ich kann es nicht abbrechen. Schön. Geht hier in die nächste Runde schon los? Ich bin immer noch im Menü-Bildschirm. Ich komme irgendwie nicht mehr rein. Ich bin jetzt im Spawn-Bildschirm. Achso. Na gut, dann stimmt bei mir wieder irgendwas nicht. Ach, jetzt so. Auf jeden Fall. Gut. Das ist jetzt schon die neue Operation, oder? Mhm. Ja, dann tschüss. Ah ja, tschüss. Ja.